Hey Mama Mama, hey Mama Mama Man, Digi ey, ich wollte einfach nur diese Rakete machen und schon, und, und. So, da haben wir ihn. Schön mit einem feine Flash. Ähm, zeige nur das N. Ja, ich kann, ich kann da nichts beeinflussen, also wenn du abonnierst, kann ich nichts beeinflussen, das ist, das ist, das geht alles automatisch über so ein, über so ein Programm da. Ja, also er zeigt dann immer den, der abonniert halt, ne. Wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Also man kann da nichts beeinflussen, sobald du mit dem Google Konto angemeldet bist. Bei mir zeigt er glaube ich auch nur ein O an oder so, aber wenn du halt in diesen Account gehst, zeigt er halt den kompletten Namen. Ich habe einmal Oliver Wenner, also den Account, und, äh, Karasu Tengu und natürlich, äh, meinen alten Crawl-LP-Account noch. Aber sonst. Aber das kann man halt nicht beeinflussen, wie gesagt, das kann man nicht beeinflussen. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie. Nein, nun zieht es mal nicht so lange eine Länge, lass es jetzt Mr. Satan reden und dann... Nee, heißt nicht Renner. Hast du nicht richtig zugehört? Haha, und nochmal will ich es nicht sagen. Aber ich bin der Renner. Na,何, ich bin der R absolutely Waitein, lass es euch Spaß machen. Naja, in der Runde der Mr. Satan sei das, was das auch nicht monarchisch passiert. Hm? S-S-Satan? E-E-E? Was ist was der Fall? The Satan schon. Mr. Satan! Beridesstatt es mal so, dass er und er hat ... Mr. Satan schon? Nee, glaube ich nicht. Wo wohnst du nochmal? So und jetzt geben natürlich alle ihre Energie und dadurch haben wir die Universe Genki Dharma. Oder? Hieß die Universe? Ich weiß es gar nicht mehr. Richtig cool gemacht wieder. Na, wie geht das schon ordentlich? Oh nein, ja. Du heißt, ach so, Ekelenz, wo ist denn Ekelenz? Erkelenz? Kenn ich nicht. Noch nie gehört. Was ist die nächste Großstadt? Na, das reicht nicht, Buu. Das wird nicht reich. Hä? Müssen wir jetzt nochmal gegen Kipp Buu kämpfen? Ist ja witzig. Tatsache. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn man hier in den Ultran Sting Modus wäre oder sowas ja? Ja, genau. Genau. Oh, genau. Genau in diesem Moment, ne? Ah, jetzt haben wir ihn benommen, endlich. Läuft doch. Ja, gute Sache. Genki-Dama! Und feuern. Richtig heftig. Ach, komm schon, wieder ausgewichen. München-Gladbach, ok. Ne, da war ich noch nicht. Ok, wieder ausweichen. Ja! Genki-Gladbach, ich vallenge Heathen. currents zuieren. Im Film. Ach, komm auch schon. Erne teilen! Chord audience spielt. Erne. Ich weiß, quieres an dich. ach komm schon ist jetzt aber guck mal bei der gänke da man kann ja nichts machen kann er gar nicht abwehren ja und die macht schon ordentlich an also die gänke da war heute schon ordentlich rein so das war es aber denn eigentlich drei vier mal musste man gegen den kit buch kämpfen so cool das reicht nicht k k k k k Ja! Pupiratopo! Total dumm, ne? Ja, nur dadurch, sonst hätte er verloren. Tja, das war's, ne? Kakaoto! Papa! Tsongoko! Bevor er jetzt endlich das Ding abnimmt. Tja! 法ta! Beden italien賞 was nicht armiert. Mit Cherbert ist ca maat! Ach so, die mussten das so machen, sonst hätten sie ja ein Z-O-Transstinkt erweckt. Ja, hätte er verloren, dann wäre es die gleiche Szene gewesen wie ein Super, ne? Dass die Genki-Dame hier auf ihm zurückgeschleudert wird. Ich hoffe, dass da noch ein paar DLC kommen. DLCs sollen ja angekündigt worden sein und auch Charaktere, die man wohl im Quellcode gefunden hat von dem Spiel. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Auf alle Fälle ein grandioses Spiel. Kann man nicht anders sagen. Also es hat mega Spaß gemacht, wenn man die Story schon x-mal durchgespielt hat. Aber dieses Spiel war sein Geld wirklich wert. Das war wirklich mal ein Dragon Ball Spiel, was es schon lange, lange, lange hätte sein können. Muss man ganz ehrlich sagen, ja. So, alles auf S auf alle Fälle war gut. Ja, das ist wirklich mit Abstand eines der besten Dragon Ball Spiels. Xenoverse 2 und so war ja schon sehr gut. Aber das hier ist wirklich nochmal eine Schippe Größe. Auch mit den ganzen Sachen, was man machen kann. Man kann überall rumfliegen, man kann Sachen einsammeln. Man kann Nebenquest machen. Man kann seinen Charakter verstärken, leveln. Ach, das ist so umfangreich eigentlich. Man kann ja auch eigentlich noch Autos bauen und Maschinen bauen und so ein Scheiß alles, was wir alles noch gar nicht gemacht haben und noch nicht gesehen haben. Und alleine das rumfliegen und überall so mal schauen, was es so gibt und so. Ja, also wirklich, wie gesagt, mit Abstand eines der besten Spiele überhaupt. Nein, ein super DLC wird nicht kommen. Ich hoffe auch nicht, dass sie da super reinbringen, weil es ist einfach Dragon Ball Z und nicht Dragon Ball Super. Und ja, mal sehen. Also Broly und Videl wurden ja schon gefunden, Vegeta, Super Station Blue wurde gefunden, Beerus wurde gefunden, Whis wurde gefunden. Aber es liegt halt auch nah, weil die zwei Filme, Battle of Gods und Resurrection of F, sind ja Dragon Ball Z-Filme. Also die haben ja den Titel Dragon Ball Z und nicht Dragon Ball Super. Dragon Ball Super hat den einzigen Filmen mit Broly, also mit den Super Broly. Und daher kann es schon gut Mücke sein, dass sie diese beiden Filme mit reinbringen. Und natürlich, wenn sie den alten Broly gefunden haben und mit Videl, was auch Sinn ergibt, weil es gibt einen Film Brolys Rückkehr. Da sieht man ja Videl und alles, wo die gegen Broly kämpfen. Nee. Also da hat dein Bruder irgendwas Falsches erzählt, aber über Super gibt es keine DLC-Bestätigung. Es gibt noch nicht mal ein DLC-Bestätigung, also es wurde noch nicht mal verkündigt, dass es ein DLC gibt. Es gab nur Leute, die den Quellcode von dem Spiel ausgelesen haben und Namen gefunden haben. Und drei Charaktere-Modelle. Zum Beispiel von Wiz, das Charaktere-Modell, 3D-Modell haben sie gefunden, was man auch als Video sehen konnte. Dann Vegeta Super-Zeichen Blue und Beerus. Diese drei 3D-Charaktere hatten wir gefunden. Und Namen zum Beispiel wie Broly und Videl, dass man die als Spielwaren-Charaktere hat. Aber bis jetzt ist noch kein DLC angekündigt. Man weiß nur, dass es einen Season Pass gibt. Und bei Season Passes ist es ja immer so, dass es immer DLC gibt. Immer. Daher liegt die Vermutung nahe. Aber Bandai hat noch nichts bestätigt. Kein DLC. Noch nichts. Noch nichts bestätigt. Außer der Bruder hat natürlich eine Quelle, von der ich nicht weiß. Aber mir ist noch nichts um die Ohren gekommen, dass irgendwas bestätigt wurde mit DLCs. Man hat nur die Vermutung nahe, weil man wie gesagt die Charaktere gefunden hat, also die 3D-Modelle gefunden hat. Und gewisse Namen im Quellcode. Daran denken halt viele Leute, dass DLCs kommen. Was natürlich nicht unwahrscheinlich ist. Aber bestätigt, wie gesagt, ist noch nichts. Kein einziges DLC ist bestätigt. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Gehe stark davon aus. Also vielleicht einen guten Monat, vielleicht zwei Monate noch. Und das wird wahrscheinlich vielleicht estruturally gemeldet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vom spiel Ich habe aber auch wirklich nicht alle erfolge komisch dass das nie angezeigt wird dass ich das erfolg Erhalte alle erfolge erhalte 20 Telepathische nachrichten von meister karriere rufestellung fünfmal über das dragonball menü um die etwas zu wünschen Zehnmal schellung rufen also zehnmal muss man die dringung sammeln Ich schließe mit einem beliebigen charakter zehn herausforderungen auf trainingsplätzen ab Koche fünf komplette menüs erzielt 50 sofort siege bei gegnern also fortsieg ist ja das mit Wo man immer gegen die ran fliegen muss und dann dass die sofort tot sind baue ein maschinenteil baue ein schwebe auto baue Baue einen Wat Pipi Dai Robo Walker Was ist das denn Führe zehn set kombos aus na das ist ja Und dann gibt es noch sieben versteckte errungenschaften die habe ich nicht also da ist noch ein bisschen zu tun wir haben schon viele erfolge Gemacht ganz klar aber es fehlen hat noch sehr viele Aber komisch dass Keinen erfolg gab ne Sammle zehn die medaillen Das wird wahrscheinlich sowieso gesperrt alles 3,3 prozent der leute haben haben Den erfolg Also die platin trophäe von dragonborn ist ja krass 3,3 prozent Das ist ja gar nichts So wir müssen ja bald zum ende kommen wie ghetto wird ja schon gezeigt So was vornamen nee das dauert der weile bis das untere durch ist recht kommen alle büder wenn die büder kommen dann ist es vorbei Jetzt kannst du nachher ein cooles turnier machen wo man veranstaltet alles Walker ist es geil Das ist ein roboter auf dem du sitzt und rumläuft aha okay Ja das mache ich aber nicht mehr hier das mache ich alles privat und wenn ich denn soweit bin Und nach buch spielen kann und alle nebenquests habe und alles dann werde ich das natürlich nutzen um halt die ganzen sachen zu zeigen Hat der division ein update gemacht der brauchte wieder ewig ja aber das ist schon eine woche her oder so da kam ein update über Sevision Ist schon ein bisschen her mit der Sevision das update Geist 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 Untertitelung des ZDF, 2020